Also dieses Begriffspaar Wut und Zärtlichkeit, was denkst du dir dabei? Interessanterweise habe ich die Hilfestellung zu diesen zwei Worten aus dem Netz bekommen. Ich habe in einem Artikel gepostet, dass ich zur Zeit so hin- und hergerissen bin, zwischen meiner Sehnsucht, mich als Liebender weiterzuentwickeln, was also meine spirituelle Sehnsucht ist, und auf der anderen Seite der unglaublichen Wut, die ich auf die politischen Verhältnisse habe. Und dann schrieb mir jemand, ein Unbekannt, ich glaube es war eine Frau, ja, aber Wut und Zärtlichkeit gehört doch zusammen. Und schon ein paar Tage später, in Italien, dann habe ich diesen ersten Titel gehabt mit der Strophe bin auf meinem Weg zum Lieben, bin mir auf dem Weg zum Lieben immer treu geblieben, zwischen Zärtlichkeit und Wut fasse ich zum Leben Mut. Man könnte noch mehr sagen dazu, aber das ist zu lang.